Hi, ich bin Tina und ich bin hier mit meiner besten Freundin Mina. Das ist die Geschichte, wie wir uns operieren ließen, damit wir genau gleich aussehen. Klingt komisch, oder? Lass es uns erklären. Wir sind quasi nebeneinander aufgewachsen. Unsere Mütter waren beste Freundinnen und waren sogar zur gleichen Zeit schwanger, sodass wir zur gleichen Zeit geboren wurden. Leider ließ sich Tina etwas Zeit und kam ein paar Tage später. Eigentlich ist sie immer noch dauernd zu spät. Ich bin also ein bisschen älter, aber wir haben unsere Geburtstage immer zusammen gefeiert und Partys geschmissen. Hey, ich bin gar nicht dauernd zu spät. Ich brauche nur etwas länger, um meine Haare zu machen. Egal. Es war auf jeden Fall immer sehr lustig. Unsere Mütter haben uns immer genau die gleichen Sachen angezogen. Alle fanden uns immer super süß und hätten wir vom Gesicht her nicht so anders ausgesehen, hätte man uns glatt für Zwillinge halten können. Sogar unsere Namen reimen sich. Wir haben immer dieses kleine Lied gesungen. Ich bin Tina und ich bin Mina. Warum wir so grinsen? Weil wir Zwillinge sind. Ha, das war echt lahm, aber wir liebten es. In der Schule wollten alle mit uns befreundet sein, aber wir waren am glücklichsten, wenn wir nur zu zweit waren. Eines Tages kam ein neuer Junge in unsere Klasse und er sagte mir, dass er Mina hübscher fand als mich, weil sie blonde Haare hatte. Das habe ich nie vergessen. Es hat mich wirklich verletzt. Ein paar Jahre später, als wir 14 waren, half ich Tina dabei, ihr die Haare zu färben. Ihre Eltern rasteten aus, aber es war trotzdem cool. Jetzt hatten wir nicht nur die gleichen Klamotten, sondern auch die gleiche Haarfarbe. Dann fingen wir an, uns zu schminken. Meine Augen waren ein wenig kleiner als Tinas und hatten eine andere Farbe. Aber mit Kontaktlinsen und einer Menge Mascara sahen auch unsere Augen bald sehr ähnlich aus. In der Highschool fanden uns die Leute komisch. Als der Abschlussball vor der Tür stand, gingen wir einfach gemeinsam. Nicht, dass wir uns auf so eine Weise mochten, aber eine von uns hatte kein Date und das wäre der anderen gegenüber nicht fair gewesen. Mina wurde nämlich von einem Typ gefragt, ob sie mit ihm hingehen würde. Aber er wollte nicht mit uns beiden gehen. Deswegen sagte Mina nein. Nach dem Abschluss gingen wir natürlich auf die gleiche Uni und beantragten auch, ins gleiche Wohnheim zu kommen. Ich denke, dass alle dachten, dass wir nur eine Phase durchmachen würden und dass wir irgendwann aufhören würden, uns gleich anzuziehen. Wir liebten es einfach so sehr, gleich auszusehen, dass wir zu unserem 18. Geburtstag einen Termin beim Schönheitschirurg machten. Ich entschied, dass ich Mina hübscher fand und deswegen musste sie nicht so viel an sich ändern lassen. Ich war glücklich darüber, mein Gesicht ihrem anzupassen, aber es wäre nicht fair, wenn nur ich die Schmerzen ertragen müsste. Unsere Familien waren von der Idee nicht begeistert. Sie machten sich Sorgen und unsere Mütter machten sich Vorwürfe, dass sie uns als Kinder immer gleich angezogen haben. Warum konnte keiner verstehen, dass wir Zwillinge sein wollten? Es war alles, was wir je wollten. Und jetzt konnte es Wirklichkeit werden. Glücklicherweise bekamen wir einiges an Geld zu unseren 18. Geburtstagen geschenkt, was wir für die OP benutzen konnten. Wir entschieden, dass wir unsere Nasen ändern wollten und ließen sie schmaler machen. Zusätzlich ließ Tina die Form ihres Kinds ändern, damit es mehr so aussah wie meins. Wir beiden ließen uns auch die Lippen aufspritzen, weil wir dachten, dass wir dann noch süßer aussehen würden. Der Schönheitschirurg versuchte uns davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee war, dass es nicht normal war, genauso aussehen zu wollen wie jemand anders. Aber wir bestanden darauf und ihm blieb keine Wahl. Nach der OP lagen wir in einem Zimmer. Unsere Gesichter waren komplett bandagiert. Es tat alles weh, aber immerhin waren wir zusammen. Als wir ein paar Tage später endlich aus dem Krankenhaus kamen, waren wir super aufgeregt. Wir zogen unser Lieblingskleid an und gingen nach Hause, um unseren Eltern alles zu zeigen. Meine Mutter brach sofort in Tränen aus, als sie meine neue Nase sah. Sie fand, dass ich jetzt hässlich aussah und sagte mir immer wieder, dass ich einen Riesenfehler begangen hätte. Tinas Mutter fiel fast in Ohnmacht. Wir sahen bestimmt etwas komisch aus direkt nach der Operation. Leute auf der Straße schauten uns komisch an und alle in der Uni waren geschockt. Irgendjemand nannte uns sogar Freaks. Aber es war uns egal. Wir waren einfach nur glücklich. Unser Kindheitstraum, Zwillinge zu sein, ist endlich wahr geworden. Wir waren beide 18 und hatten beide noch nie einen Freund gehabt. Also schluck ich vor, dass wir uns bei Tinder anmelden sollten. Dort schrieben wir, dass wir Zwillinge sind und wir einen Typen suchen, der mit uns beiden ausgeht. Wir glaubten nicht, dass jemand daran interessiert wäre, aber es gab tatsächlich Leute, die uns antworteten. Das erste Date war eine Katastrophe. Er dachte, dass wir nur einen Dreier wollten. Aber als wir sagten, dass wir wirklich nach einem Typen suchten, der mit uns beiden zusammen sein wollte, war er schockiert und ging einfach. Die meisten unserer Dates liefen so ab. Keiner wollte sich dauerhaft mit uns beiden treffen. Dann hatten wir eine Idee. Nach der Uni wollen wir irgendwo hinziehen, wo Polygamie legal ist. Und dann können wir den gleichen Mann heiraten und für immer glücklich zusammenleben. Ja, den meisten Leuten kommt das bestimmt komisch vor und unsere Familien sind darüber auch nicht besonders glücklich. Aber wir lieben es einfach gleich auszusehen. Und es wäre super, wenn wir eines Tages sogar den gleichen Nachnamen hätten. Hoffentlich eines Tages. Wünscht uns Glück und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.